Das ist die Laureen und ich bin der Hannes. Wir sind beides Doktoranden hier am Institut für Biomedizinische Technik an der Technischen Universität Ebenau. Und wir haben beide vorher hier Biomedizinische Technik im Bachelor und im Master studiert. Wir haben viele verschiedene Labore mit verschiedenen Forschungsschwerpunkten. Zum einen gibt es Elektroniklabore, wo gelötet wird und ID gedruckt wird. Daneben gibt es auch Chemielabore. Dann gibt es auch Strahlenschutzlabore oder Labore, wo Messungen zum Beispiel im Bereich der Augenheilkunde oder der Elektrophysiologie durchgeführt werden. Die ersten Semester im Studium sind natürlich relativ theoretisch. Diese Grundlagen müssen wir lernen, um dann aber auch wirklich in die praktischen Anwendungen mit einsteigen zu können. Eben über die Praktika, über Projektarbeiten oder eben über Abschlussarbeiten. Und spätestens bei den Abschlussarbeiten haben wir dann auch immer den Bezug zu aktuellen Forschungsprojekten, die am Institut laufen. Wir erforschen sehr vielfältig die Medizintechnik, die zum einen sich mit der Hardwareentwicklung beschäftigt. Das heißt, dass wir die Elektroden für zum Beispiel Hörnstrommessungen weiter optimieren. Auf der anderen Seite geht es dann auch um die Analyse dieser Biosignale, zum Beispiel des EEGs oder des EKGs. Und ein weiterer Schwerpunkt ist dann auch die Zusammenarbeit mit den Ärzten, um die Methoden weiterzuentwickeln. Unser Studium ist sehr durch praktische Arbeiten geprägt. Zum einen gibt es ab dem zweiten Semester bereits Praktika in den Grundlagenwissenschaften wie Elektrotechnik oder auch Physik. Und dann in den späteren Semestern im Bachelor ab dem fünften und sechsten Semester gibt es dann Praktika in dem speziellen Bereich der Medizintechnik, wo dann die Vorlesungsinhalte noch einmal vertieft werden. Ab dem ersten Semester besteht auch die Möglichkeit für Studierende teilzunehmen an Studien, zunächst als Proband und später dann eben auch als Helfende Hand, um zu unterstützen und mitzuwirken. Und das geht über sogenannte Hilfswissenschaftlerstellen. Durch die Teilnahme an diesen Forschungsschwerpunkten oder Forschungsprojekten kann man natürlich zum einen direkt praktisch Dinge erlernen und ist in der biomedizinischen Technik, was wir hier am Institut machen, viel tiefer drin. Zum anderen kann man sich natürlich dadurch auch nebenbei Geld verdienen, um so sein Studentenleben zu finanzieren oder auch andere Hobbys weiter ausführen zu können.